Aber dafür schleppen die Gäste auch nicht so viel Dreck ins Haus. Soll ich mal Probe laufen? Fridolin! Fridolin, spinnst du? Du kannst doch nicht meine Blumenarrangements ruinieren. Los, los, hau ab, hau ab, du. Los, Mensch. Wenn der hier meine Blumen frisst, dann nützt dir der ganze rote Teppich nix. Ah, was nützt der Chef in dein roter Teppich und das ganze Brimborium? Warum, wenn ihr Herzenswunsch nicht in Erfüllung geht? Wieso, hat sie einen? Na, ein Kind natürlich. Die will noch ein Kind? Felix, du bist ein alter Quatschkopf. Ein Enkelkind natürlich. Der junge Herr Hagenbeck sollte endlich Vater werden. Ja, und was spricht dagegen? Sei nicht so indiskret, das weiß ich doch nicht. Es besteht doch noch die Möglichkeit, dass Miriam Mutter wird. Oder etwa nicht? Also erstens wäre das kein Hagenbeck, wenn die Miriam noch ein Kind bekäme. Und zweitens glaube ich nicht, dass Frau Hagenbeck glücklich darüber wäre, so wie die Dinge liegen. Kommt sie heute überhaupt, die Miriam? Das muss doch aus der Tischordnung hervorgehen. Aus der Tischordnung geht gar nichts hervor. Und wenn du mich so fragst, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Miriam nicht einmal am Ehrentag ihrer Mutter auf der Bildfläche erscheint. Und was war das mal für ein Liebeskind? Ja. Ja. Ja.